Leider einfach nur God of War. Dementsprechend ist das leider falsch an der Stelle. Ich hab doch nur, ich hab nur was gesagt, noch weil du so Fragen geguckt hast. Ja. God of War. Ich werd bestimmt von so nem Lachs jetzt runtergeschmissen. Die sind nie tötig, diese Lachse. Die sind nur nervig. Wenn die dich erwischen und tun. Resident Sleeper. Resident Sleeper. Kann ich jetzt ne lustige Geschichte erzählen? Mach das. Die Lachse sind nicht tödlich einfach. Die Lachse sind einfach nie tödlich. Die sind einfach nie tödlich. Die Lachse sind nie tödlich. Die sind nie tödlich, Leute. Hör auf, du lachst mich doch voll. Lachse sind nicht tödlich. Und damit lade ich euch auch wieder erneut ein, heute Abend. Hallo Buddy, hallo Tibor. Äh, Tibor, oh mein Gott. Damit lade ich euch erneut ein. Hallo Marci, hallo Matthiesel. Entschuldigung, Matthiesel, ich hab dich richtig lieb, Mann. Aber das ist halt so drin, wenn es um Star Wars geht, dass es hier ein Tibor sagt, Matthiesel, nein, wo bist du? Komm wieder. Wir hoffen, dass das dann gleich funktioniert, ne? Ja, ich hab Yannick unter meinem Tisch und man sieht es nicht. Ah, das ist sie. Guck, guck. Aber das Stöhnen war schon angenehm, du. Es war ein gutes Stöhnen. Willst du mal kurz nachmachen, wie hat das Buch gestöhnt? Guck, guck, guck. Je nachdem, welches Kapitel man aufschlägt. Also das ist ja dann Seite für Seite unterschiedlich gewesen. Aber, also ganz ehrlich, ne gute Wahl. Auf.